Mit Nero Disc to Device führen Sie Einklick-Konvertierungen Ihrer Videodisks und Audio-CDs auf angeschlossene mobile Geräte aus. Verbinden Sie Ihr Gerät über den USB-Anschluss. Legen Sie eine Disc in Ihr PC-Laufwerk ein. Das Windows-Auto-Startmenü öffnet sich. Wählen Sie Nero Disc to Device und das Zielgerät, um Ihre Disc zu übertragen. Klicken Sie Senden. Das war's. Nero Disc to Device führt den Job aus und überträgt den Disc-Inhalt in bester Qualität auf Ihr gewähltes Gerät. Schauen Sie den Film auf Ihrem Gerät an. Nero Disc to Device unterstützt auch die Konvertierung von Disks in PC-Ordner und die Online-Speicherung mit Dropbox, SkyDrive und Google Drive.